Ich habe mich für den Studiengang der Technischen Biologie entschieden, weil ich Biologie bereits in meiner Schulzeit schon total faszinierend fand und weil mich die Verbindung mit dem technischen Aspekt sehr interessiert hat. Im Studium gefallen mir besonders die Tabor-Praktika, in denen man Wissen aus den Vorlesungen dann auch mal praktisch anwenden kann und manches dadurch besser verstehen kann. Zu Beginn des Studiums fand ich besonders die Grundlagenvorlesungen zu Mathematik, Chemie und Physik schwierig, aber auch die schafft man, wenn man sich nur wirklich bemüht.